Mit A-Hau der gelben Sonne erwartet uns das Gelbe vom Ei. Das klingt doch wunderbar, oder? Es ist auf alle Fälle eine charismatische Zeitqualität, die uns vom 29. November bis zum 11. Dezember begleitet und einmal mehr verstärkt wird in den Portaltagen, nämlich dem 2., dem 9. und dem 10. Dezember. Und ich kann wirklich sagen, freue dich auf eine so gefühlte, märchenhafte Zeit. Und gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit auch so losgeht, ist es vielleicht einmal mehr auch schön, dass das so zusammenfällt, wo du wirklich eingeladen bist, so diese Sonnentage, diese Sonnenenergie auch in dir zu spüren und da auch in Liebe mit dir zu sein für diesen Umstand, dass du vielleicht auch einmal mehr selbstsicher bist, dass du dich einmal mehr auch wohlfühlst als der Mensch, der du bist, wo du vielleicht auch wirklich so einmal deine Fülle feierst, deinen Reichtum feierst, ein bisschen so wie, falls du den kennst, den Onkel Dagobert, der so gern das Geld zählt und dann irgendwie im Geld schwimmen geht. Also wirklich auch so dieses Gefühl von, es ist alles da, du hast genug, du kannst wirklich auch großzügig sein, es ist alles für dich bereit und du bist total in Empfangshaltung. Und mit diesem Glück, das du dann in dir spürst und ausstrahlst, ist natürlich auch garantiert, dass das Glück zu dir zurückkommt, denn es ist immer ein Tanz, den wir miteinander haben mit der Welt. Du kannst nicht nicht wirken und das ist wirklich so die Einladung, dass du da auf das Beste hoffst und das Schönste empfängst und so diese höchste Weisheit in dir sich ausbreiten darf, denn dann ist es wirklich auch so dieses Anerkennen deiner göttlichen Qualität, die du in dir hast und das birgt natürlich auch eine sehr große Liebesfähigkeit in sich, wo gleichsam auch eine Wertfreiheit gegeben ist gegenüber anderen Menschen, gegenüber Situationen. Und natürlich, das könnte man sagen, das ist wirklich so diese bedingungslose Liebe, mit der du da irgendwer durch den Tag gehen darfst, wo du eingeladen bist und das ist ja wirklich ein absoluter Friedensbeitrag, wie ich gerne sage und da möchte ich gern von Kryon ein Zitat teilen, das lautet Liebe schafft Frieden, wovor er keiner war. Sie schafft Ruhe, wovor er keiner war. Sie ist weise, sie ist die Sonne und von einzigartigem Ursprung. Es gibt nichts Größeres als sie, die Liebe. Und so ist wirklich Erhau, die gelbe Sonnenwelle steht für die Kraft der kosmischen Liebe. Und diese kosmische Liebe ist eben auch so diese Einladung in einer tiefen Verbundenheit mit deinem eigenen Herzen auch anzuerkennen, dass du mit allem verbunden bist, eine Verbindung mit allem und dass es wirklich so ist, dass Liebe in dir einen fixen Platz hat und genau das auch in dir ist, egal wie das Außen auf dich reagiert und dem wirklich diesen Fokus geben, auf diese Art und Weise ist einfach das Leben auch ganz anders wahrnehmbar. Und ich teile es immer wieder gerne, weil es etwas ist, was ich wirklich auch über Monate hinweg praktiziert habe, nämlich mir bewusst laut vorzusagen bzw. in meinen Morgenseiten einzubauen. Ich sehe mit den Augen der Liebe, ich höre mit den Augen der Liebe und ich fühle mit dem Herzen der Liebe. Und dieses Ich-bin-Liebe, da auch noch zu ergänzen, das ist echt Balsam. Und ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan. Und das kann eben auch natürlich dann in dieser Zeit dich auch sehr fordern, wenn du das in dir nicht so viel spürst. Und vielleicht hast du auch gerade deswegen mit Winderwertigkeitsproblemen zu tun und hast vielleicht das Gefühl, du darfst jetzt nicht so, ja, dich so zeigen und du neigst vielleicht auch zu Understatement. Und das kenne ich aus meinem eigenen Leben total gut, ja, dass dieses Na ist ja eh nicht so. Also wo immer irgendwo die Fülle auf dich zukommt, du gesehen wirst, sei da wirklich auch so einmal mehr offen. Und ich kann wirklich auch eines sagen, das ist ein total interessanter Aspekt, einfach auch die Hände immer wieder mal zu öffnen. Denn man weiß ja dann oft gar nicht, wie sehr man auch die Hände irgendwie ballt. Ja, wie sehr man irgendwie dann doch auch vielleicht die Hände in die Hosentasche steckt. Ja, es ist gerade eine kalte Zeit und man zieht sich dann ein bisschen zurück. Und auch die Spannung, wenn die Kälte so in den Körper kommt, mag körperlich auch sich natürlich abbilden. Und das ist nicht unbedingt dieser Zustand, wo man sich voll wohl fühlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch diese innere Sonne aus dir heraus strahlen lässt, weil das bringt auch eine gewisse Wärme wiederum mit sich, die auch dir gut tut. Nicht nur deiner Umgebung, weil natürlich ist es auch für die Umgebung fein, wenn sie angestrahlt wird, wenn sie das Gefühl hat, boah, da ist jemand, dem geht es gut, da ist jemand, der ist glücklich. Und ja, es gibt immer noch Neider auf dieser Welt und Menschen, die dann irgendwie damit gar nicht gut umgehen können, wenn man zu gut gelaunt ist. Ich kann mich da erinnern an ein paar Sequenzen in meinem Leben, wo ich einfach weiß, das ist natürlich auch ein Trigger. Und trotzdem ist es aber so ein Wert. Und es geht nie darum, dass du im Sinne einer Rücksichtnahme auf die anderen dein gutes Gefühl, ich meine, wie krass ist das, das gute Gefühl zurückzuhalten. Ich meine, wir halten oft genug unsere Tränen zurück, weil die Menschen reißen sich ganz oft zusammen, dass sie ihre schlechten Gefühle nicht zum Ausdruck bringen und dann sind sie trotzdem da. Und ich lade wirklich ein, so die guten Gefühle auszudehnen. Wirklich, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist und du siehst irgendwie Lichter, Lichterketten, irgendwelche Kerzen, dann sei immer wieder mit jedem Licht, das du siehst, erinnert an dein Licht. Du kannst dir wirklich jedes Licht, du bist im Moment so viel davon umgeben. Und das ist das, was dich wirklich auch erinnern darf. Denn wo immer du bist, was auch immer du tust, bleib in der Liebe. Diese Einladung von Rumi gebe ich dir weiter. Und die Idee ist wirklich so, deine innere Sonne strahlen zu lassen. Wirklich so dein Licht auch nach außen leuchten zu lassen. Und wo immer du es eben auch siehst, im Außen, ist es eben auch die Möglichkeit, einmal mehr dich in deinem göttlichen Wesen zu erkennen. Und dieses Licht und diese Göttlichkeit, diese Liebe, ist wirklich auch so ein Heilfeld. Und wie mein Liebster gerne sagt, und ich das auch immer wieder weitergebe, Schmerz ist befreiendes Liebespotenzial. Und ja, manchmal ist man gerade auch zur Weihnachtszeit dem Schmerz sehr nahe, weil man vielleicht eben einen Menschen verloren hat, der in dem Jahr nicht mehr mit dabei ist bei einer Weihnachtsfeierlichkeit. Man ist vielleicht auch damit verbunden, dass einfach auch das Leben sich verändert hat und dadurch einfach man sich anders auch fühlt. Und irgendwie kommt dann manchmal so eine Schwere dann auch daher. Und diese Schwere, und wenn da dieser Schmerz sich annähert, dann geht es nicht darum, das wegzuschieben, weil es ist ja Weihnachten und es ist ja die strahlende Zeit. Und wir möchten da ja jetzt irgendwie einfach nur das Licht sehen. Das ist nicht das, was ich jetzt sage oder was ich einlade. Es ist wirklich so einfach die Möglichkeit, die eigene Liebesfähigkeit, da einmal mehr wahrzunehmen, diese auszudehnen und eben auch in die Welt hinauszutragen, hinaus zu tanzen, besser gesagt. Und was so dein Sein im Leben anbelangt, wenn man sagt, auch die gelbe Zeit ist immer auch eine Zeit des Präsentierens, des Sich-Zeigens, dann ist wirklich auch so die Einladung, dass du da eine gewisse Entspannung reinbringst. Also gerade wenn du sehr viel im Kopf bist, ist es sehr, sehr wertvoll, wenn du da so eine gewisse mentale Entspannung reinbringst. Es geht nicht mehr darum, etwas zu leisten. Es geht wirklich mal darum, zu empfangen, mal anzunehmen, einfach mal auch zu feiern. Das kommt oft zu kurz. Und wenn jetzt irgendwie das Gefühl ist, du musst noch ganz viel tun, dann ist es immer auch noch Zeit, nach der Hauwelle kommt wieder eine rote Zeitqualität, wo noch mal ein richtiger Schub da ist. Deswegen sei da einfach auch liebevoll mit dir. Bring da eine gewisse Entspannung rein. Und wenn es emotional dich fordert, weil das ist ja, wenn man dann im Kopf Entspannung reinbringt, dann kommt manchmal auch so in der Gefühlsebene eine gewisse Zerstreutheit. Und da kann es gut sein, wenn du da einfach auch so eine gewisse Konzentration auf das Wesentliche hinbringst. Einfach auch hinspüren, was ist denn jetzt wirklich, wirklich gerade dran. Und es geht eben nicht darum, da irgendwelchen Perfektionismus zu betreiben, sondern einfach auch darauf zu vertrauen, dass gerade eine gute Zeit ist, da einfach mal selbst zu sein und sich der Welt zu schenken. Und das ist ohnehin das größte Geschenk, das du eben auch machen kannst. Deswegen zeig dich der Welt mit der Liebe, die in dir ist, die Liebe, die du bist und die Liebe, die du siehst und empfange so einmal mehr auch genau diese Liebe als wertvollen Spiegel zu dir zurück. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit voller Liebe. Vielen Dank.